Ich bin Shetan, euer Darasch mit der Kalasch aka Djendebobo. Pünktlich zum neuen Jahr gibt es ein paar Ansagen von mir, also zuallererst einen guten Rutsch ins neue Jahr und pünktlich am Freitag, den dritten ersten, wird es ein Video von mir geben und zwar wird es mit einem Bruder von mir sein und zwar Money Mark. Welcher euch bekannt sein sollte, Money Marks aka wie man auf deutsch so schön sagt, den Moneten Maxi und ich werde schon mal so viel verraten, das Video trägt den Titel Keine Macht in Drogen und natürlich wollen wir mit diesem klaren Titel ein Statement machen, dass wir gegen Drogen sind und Drogen in keinster Form und Art und Weise gutheißen würden. An dieser Stelle einen Moment bitte, auf jeden Fall jetzt habe ich mal die Sache von der Seele gelassen, welche mir wirklich wichtig war und wir können zu den wichtigen Sachen kommen und zwar wird es endlich wieder einen Release von mir geben, seit Zeitzeugen hat sie ja nicht viel getan, aber im ersten Quartal wird definitiv ein Mixtape von mir rauskommen und zwar wird es zu 100% TRAP, TRAP, TRAP sein. Ähm, mehr will ich noch nicht bekannt geben, es wird demnächst, ich denke mal in einem Monat werde ich eine weitere Videoansage rausbringen, in der ich näher aufs Album eingehe, aufs Mixtape. Auf jeden Fall geht am Freitag auf die Shetan-Page und auf die 808-Page und zieht euch das Video rein, es wird euch definitiv nicht enttäuschen und nicht vergessen, teilen, liken und TRAP bleiben!